und hiermit ein wunderschönen guten tag herzlich willkommen hier in der wiederholung ihr auf lands vod dem youtube kanal seht das hier jetzt ein bisschen in der vergangenheit weil ich noch so ein paar alte streams ich muss noch ein bisschen hinterher arbeiten heißt euch aber hier herzlich willkommen es soll heute an der ostseeküste weitergehen auf meinem hof einer osterbeck und wir lassen den countdown gerade noch mal runter laufen stellen uns gerade mal ein bisschen öffnungsmusik ein ich genau bereite hier alles vor ich habe mir einen kaffee hingestellt wir werden heute ein bisschen mit dem fiat 180 90 dt turbo unterwegs sein mit dem flug dabei und ich habe richtig bock drauf und ja mal schauen was es heute alles geben wird und wo lang wir kommen und wie wir den hof weiter einrichten ob wir den hof park auch noch mal ein bisschen erweitert beziehungsweise hoch ein bisschen zusammenstellen geräte kaufen und so weiter was alles dazu gehört da muss ich mal nicht zurechtfinden ja an dieser stelle dann aber auch herzlich willkommen alle die jetzt auf twitch schon eingeschaltet haben live dabei sind herzlich willkommen einen wunderschönen guten abend schönen nachmittag gewünscht wir haben den zwanzigsten zehnten ist es halb sechs so dann schauen wir uns doch mal eine playlist an was wir uns heute abend mal hier zum ackern zur gemüte führen neben dem klassischen schlepper fahren natürlich ein nostalgie wo ich habe richtig bock so 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 Vielen Dank. Ich glaube, es muss eine klassische Playlist werden. Schaffel. Was ist denn Smart Schaffel? Schauen wir uns das mal an, wie Smart Schaffel so ist. So, aber dann können wir an der Stelle auch schon mal den Live-Chat hier begrüßen, in die Kamera anmachen. Danny grüßt sich. Moin, sind Markus. Einen wunderschönen. Moin. Agra Dave ist dabei. John Deer Paul. Einen wunderschönen guten Namen. 54er. Moin, Zen. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Maxi auch. Grüßt sich. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Moin, moin. Das muss ich mir ein bisschen leiser machen. Ich will den Sprung natürlich in vollen Zügen genießen. Das ist auch einfach unglaublich. Das sind trotz genaue System-Sounds will ich natürlich haben, dass ihr dabei seid. Hm. Nono, grüßt sich. Einen schönen guten Abend. Moin, moin. Ich habe mich schon fast falsch. Guten Abend zu sagen. Es ist irgendwie für mich so ein Nachmittag noch. Was für ein verrechneter Tag. Sheet weather, exact. So, jetzt drehen wir mal eben zu. Wie geht's euch? Was gibt es Neues? Was habe ich verpasst? Was kann ich aus der Woche nochmal Revue passieren lassen? Ich muss mich hier gerade noch an meinen, ähm, Schalter gewöhnen. Weil hier hat es ja auch Schalter gefahren werden. Ähm. Muss ich gerade nochmal schauen. Kili 073. Moin, moin. Janni, einen wunderschönen guten Abend. Moin. Ja, äh, Factsheets zu dem Premium DLC sind natürlich nochmal rausgekommen. Ähm, da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Habe ich auch schon mit den anderen darüber gesprochen. Ich, äh, weiß nicht, ob ich das... Knallt mir das in die Ohren rein. Ich sage jetzt. Moin, Zen Briggs. Ein wunderschönen. Vielen, vielen Dank für den 22. Jörn Dahl, grüße, moin, Zen, Floodriver, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ja, auf jeden Fall, dass ich es gerne ausprobieren möchte. Gerne damit mal irgendwie Erfahrungen sammeln möchte. Gemüseanbau sehe ich jetzt halt nur in Landersummen. Wie schwierig da auch nochmal zu fassen mit. Aber an anderer Stelle vielleicht mal, wenn man das mal testet. Mit dem DeWolf würde ich ja gerne mal arbeiten. Ja, ModHub, ähm, ich habe die letzten Tage halt ModHub immer ein bisschen mit der, mit dem hinten auf, hinsichtlich des Ostseeküstenspielstandes mir durchgeguckt. Hm, und da suche ich auch eigentlich immer noch was. Ich brauche noch so eine Art Holzschuppen. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da nochmal was finde. Ne, Mähwerk müsste ich mir mal heute eins kaufen. Da bin ich mir auch noch unsicher, welches das wird. Also wahrscheinlich ein Seitenmähwerk ein einfaches. Hm, da fahre ich jetzt erstmal auch nicht so groß. Gergerhalle, das ist alles zu groß. Das muss so eine alte, ranzige Scheune eigentlich nur sein aus Holz. Wo ich eventuell noch kleine Boxen reinbauen könnte, um die Bullen da reinzubringen. Ja, der 500er VarioFant von Schnibbel ist rausgekommen. Mit, äh, einem sehr schön gemachten Sound von Bloody Rules. Auch der Sound ist da nochmal rausgekommen. Äh, an der Stelle danke. Bloody Rules auf jeden Fall, falls du das auch siehst und hörst. Dass du dich dem da angenommen hast und den nochmal schick gemacht hast. Hm, was haben wir denn noch? Ach ja, der Klaas Ares. Und die Renault Ares. Das sind zum Beispiel auch so Schlepper, die habe ich bei Chris gesehen. Und Chris hatte davon erzählt. Auf die hätte ich ja auch irgendwie Bock. Sowas extravagantes. Jetzt müsste ich euch mal mit ins Stream-Bild nehmen. Oh, la die Welt, wie laut. Ähm, da haben wir es auch schon. Und ich gehe mal einmal kurz hier in den Mozilla rein. Äh, die Geschichte hier meine ich. Der wäre eventuell ja doch was als Frontladerschlepper für anstelle meines 3.9ers, oder? Fände ich irgendwie cool, noch bunter. Hat auch, aber der hat wiederum nichts mit meinem Nostalgiehof dann zu tun. Das ist... Naja, muss ja jetzt auch nicht sein. Man muss nicht alle spielen, aber alles kann nichts, muss oder wie war das? Was steht an? Wir gehen heute gleich im Fiat raus. Wir müssen ein bisschen Boden vorbreiten. Ja, ich glaube, wir lassen das mal und gehen ins Spiel rein. Also, an der Stelle herzlich willkommen hier auf meinem Hof in der Osterbeck. Ähm, genau für diese Stelle hier suche ich nämlich noch einen Stall, beziehungsweise ein kleines Gebäude. Neben dem Stall hier müsste eigentlich noch so ein alter Holzschoppen ran. Der dürfte ungefähr... Ja, der könnte fast bis hier ran. Und dann hat man wirklich nur noch diesen schmalen Weg. Jeder muss ich da mal ein bisschen... Müsste ich hier mal ein bisschen aufräumen. Ähm, müsste die Iglus nochmal umplatzieren. Aber dass hier nochmal eigentlich nochmal was dazwischen kommt. Da gehört eigentlich was davor. Ja, ansonsten... Und wir alle draußen. Ansonsten ist alles soweit gemacht. Hof einrichten muss ich noch. Hier, der Futtermischer ist nochmal neu gekommen, beziehungsweise halt geändert. Da muss ich noch ein bisschen weiter einrichten. Pfefferminzpille, schönen guten Abend. Moin, moin. Also von Chrissy136 bekomme ich bezüglich... Hier bist du ja auch nicht, Markus. Ich glaube, wie gesagt, da ist schon... Er ist schon eine Weile wieder raus. Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Discord auf hat. Guy Rush, grüß dich. Moin, moin. Loonwerker, moinzen zusammen. Kann ich den Stream auf der Arbeit gucken? Ach, so kann ich ja den. Ja, klar kannst du das. Von mir aus. Ich habe damit nicht das Problem. Baumart, 88, moinzen. Tobi, ein wunderschönen. Fix bei Finn, grüße. Moin, moin. Joa. Dann habe ich letztes Mal doch die Silos platziert. Da wart ihr, glaube ich, mit dabei. Das habe ich on-stream gemacht. Diese Silos hier nochmal dahergekommen. Ach ja. Und die Crew hat sich hier auch gedacht, mal über den Weidezaun zu hüften. Oder habe ich hier irgendwo eine Lücke. Ah. Kollege. Mit den Kühen, da muss ich nochmal Herr werden drüber. Bisher noch sehr eigenwillig. Moinsen, wie, nicht Lander, sondern Agrarmor, den grüßt sich. Moin, moin. Ja, wir waren heute Vormittag schon Rüben fahren für Hofmeyer. Was heißt heute Morgen? Mittag. Und jetzt wollte ich noch gerne nochmal hier auf meinem Spielstand den Winter nutzen, da ein bisschen voranzukommen. Und dazu geht es jetzt hier mit dem 480,90 Turbo-DT los. Fünfter Flug. Ich habe da nochmal gewechselt. Den Albatrosse ist weggegangen. Dafür habe ich hier Agromasch. Agromasch überlege ich auch nochmal die Scheibenegge zu ersetzen. Da habe ich hier diese von Karré, Karré, Karré und Xenos. 5 Minuten, äh, 5 Meter, 5 Minuten, 5 Meter. Überlege ich da nochmal die gezogene von Agromasch zu nehmen. Das weiß ich noch nicht. Grüße, Keule Alex, Moinsen. Bei YouTube-Videos sind richtig gut gemacht. Vielen, vielen Dank, Tobi. Du darfst mich gerne duzen und ich freue mich darüber natürlich. Mike O'Rei, Moin Moin. Kommt das Savegame irgendwann zum Download? Ja, allerdings ist da gerade wieder richtig viel dran gemacht worden. Da kann ich aber jetzt noch nicht so viel zu sagen, glaube ich. Das müssen wir dann später nochmal gucken. Aber ja, grundsätzlich ja. Ja. Tracking sollte aufgeladen sein. Jo. Aha, Moment. Hinten bleibt auf, natürlich. Ach, jetzt muss ich nochmal. Alter, die Waldfee. Rekert, mein Lieber. 31 Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe, das Essen war lecker oder geht es jetzt erst los? Muss ich meinen Schiff da Knüppel nochmal rausmachen, der irgendwie jemanden, dass ich die Gruppen nicht schalten kann. Das ist der Aufsatz, den ich hier habe. Der hat da an der Seite, dass du nochmal die Gruppe schalten kannst. Dann machen wir jetzt erstmal die Hoffläche fertig und dann gehen wir rüber zu den anderen Flächen. Wenn wir mal ein bisschen vorankommen. Um dann bald auch mal mit der Aussaat anfangen zu können. Da habe ich auch richtig, richtig schon angeklotzt. Nebenbei nämlich immer weiter geflüchtet. Vorgewende muss ich hier oben noch machen. Aber wir hatten Regen, der dazwischen kam. Eieieieieiei. Jetzt muss ich aber erstmal hier den lauten hier. Eieieiei. Also erstmal Silve, Alter. Wie krass bist du denn mit 600 Bits hier reinzukommen? Den Zaun habe ich eigentlich auch nicht mehr gehört. Vielen, vielen, vielen Dank. dankeschön und im zwölften monat auch gesagt hier vielen 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 dank regat geht gleich erst los mal eben zum jugos laben schmecken lassen so eben hier aussteigen und das ganze noch mal an hier hallo zusammen selber grüßt sich erst mal nico nini ein wunderschönen moin ich habe aus seinen videos sehr viele dinge abgeguckt in mein single player mit reinkommen tobi das freut uns uns vor allem weil die ganze video ja nicht immer lieber dankeschön und schönen guten abend 13 monate ist das schon dabei der barbara ziehe hinsen na ich hoffe dir geht's gut tobi ist erstmal rauskommen nachher wieder macht das macht ich wollte nur sagen die videos sind natürlich ich kümmere mich um die videos aber der ganze spielstand und ist es vermittlung und weil sie beruht ja alles auf dem einen spielstand deshalb geht das dann möchte ich auch mal ins ganze team heiko ist da lohnunternehmer cox moin weiß jemand ob man headtracking über konsole an und ausschalten kann ne über konsole dürfte das nicht gehen das glaube ich nicht ist auch gut erkältung ist wieder durch die dann auch ja heute ist ein bisschen hatte ich das gefühl erkältung im anflug aber ich hoffe nicht ansonsten geht es mir tut die foto die alles bestens alles bestens umzug ist durch wohnung ist eingerichtet job läuft wobei darüber wollen wir nicht reden weil belastung ist immer da aber für alles gut bei dir schlager zur zeit angesagt hintergrundmusik auch alles durch gemischt nach hauptsache ein bisschen spaß dabei jo also hier geflücht habe ich hier hatte ich ja letztes mal im stream schon auf dieser fläche hier wenn man mal hier geflücht anzeigt hatte ja hier angefangen dann hatte ich vergessen zu speichern dann musste ich hier wieder vor der insel anfangen habe dann wieder durch und durch gezogen bis hinter die insel oder war ich hier sogar schon glaube ich ne also da war ich eigentlich schon weiter dann habe ich irgendwann pause gemacht dann habe ich den acker hier angefangen zu pflügen und er hier die beiden die stehen mir noch ich stehe noch offen und eventuell auch noch weitere aber das schauen wir uns dann noch mal ansonsten hat sich meine hoffarbe gewechselt aber dazu dann noch mal mehr was sagst du zum neu vorgestellten swastmaster farmstick sage ich gerne was habe ich mir bestellt jährlich aber bestellt ist es jonas moinsen so was ich gerade mal hier hat ein wenden geht uns doch was hier so hier die letzten meter hier genutzt nur kurze bahn hier wegflügen dann können wir wieder auf die langen bahn gehen oder wir schnippeln schon mal den nächsten kurzen acker an ich werde ihn auch bestellen sobald er in der schweiz verfügbar ist nicht lang ich finde er sieht aber echt gut aus und den preis ist auch im rahmen einfach nur geiler sound oder vom fiat ich werde mich da muss ich gleich was zu sagen ohne mir auch die zwei neuen sachen die lenkerd halterung oder was jetzt fast nach seine frage weißt du wann es lieferbar ist oder du es bekommst du zwischen dem 15 und 17 november dann müsste das lieferbar sein beziehungsweise wird dann geliefert dr anti grüß dich mal moin deine grafik ist wirklich klasse michi dazu mal kurz nehme ich kurz mal als anlass mal was zu sagen zu dem fiat nämlich da muss ich einmal gerade aussteigen weil das das liegt an dem mod wenn du das meinst ich habe mir diese textur diese hd textur gekauft und dem edo mod der hat den fiat ja hier veröffentlicht und hat dann noch mal zum kauf angeboten eine extra hoch aufgelöste textur in diesem news look hier so und die ist echt geil da kommt einfach viel liegen bei mir auf das finde ich sieht einfach geil aus oder auch der rest map ach so ja ok ok das freut mich ab hier deswegen schickt den hatte der hof früher wo ich immer als kind hingegangen bin deshalb ist das hier so ein kleines meine kleine sandkiste der nostalgie spielen eine oase und ja und so wie der jetzt hier ist er war damals bei dem land wird er in orange habe ich in erinnerung zumindest etwas auch einmal ein sehr ausgeglichenes rot aber meine der war orange das habe ich aber jetzt nicht hinbekommen das zu wechseln weil diese hd textur sich auch mit farbe dann wieder oben überlegt und das war dann zu ärgerlich ist dann grüß dich 9 sind der hof meines schwagers hat noch einen geile 180er das ding war ich letzt mal schon als sie einfach legendär wenn du den gehört hast parallel er war halt vom flug und parallel waren mb track oder dritte wenn die da im vor gesungen haben das war einfach mich als knirps so ich wusste genau wo ich hinfahren muss mit dem fahrrad um mich an rand zu stellen und mit zu fahren das ist die ostseeküste regen ist alle alle ja 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 auch ein bisschen abgetrocknet ist es ist es schon gennachmittag hier das haben wir es denn hier 17 uhr 8 ich musste schon die zeit schon mal halbieren und jetzt muss geackert werden wir hatten früher aufgrund der hochgröße 110er fiat ist das dieser winna 110 oder ane den hier gibt es auch als 110 er gestern letzte woche irgendwann mitte letzte woche habe ich ein was war das denn auch das modell hier aber aber ganz blöd hast du ein schmalspurtrecker 44 oder sowas auf jeden fall unter 100 ich habe auch ich habe auch ende oktober vor und ende wenn man dann die schalterung im januar dann das neue lenkrad dazu dem lenkrad hätte ich mal eine frage an die kenner also für lenkrad halterung das ist glaube ich nur für das trust master richtig die halterung ich habe auch überlegt ob ich vielleicht mein g29 verkaufen und vielleicht auch umsteige auf dem was master lenkrad habe ich jetzt ja auch schon aufgehört dass das echt gut sein soll dann wird die tischhalterung auch sinn machen muss ja nicht alles sofort sein kann man auch im neuen jahr noch mal hast du noch mal ein rostock die woche bei der bga jimmy gestern es war auch noch mal 1 2 3 bilder gemacht hat die mit dem 924 erwischt mit dem t300 gtrs nicht was nie mehr logitech denkt als echt nicht so schlechte erfahrung gemacht er hat eben regenpause genutzt hier und da noch schnell zu ende gefeiert schön ein weg klastern wieder weg wünsche dir ein schönes team michi dankeschön dankeschön danke 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 und dir natürlich auch einen schönen abend genießen ein schönes wochenende natürlich unsicher wegen dem lenkrad auf geht das kann ich auch nicht sagen mit dem lenkrad damit da würde ich mich glaube ich verlassen die 300 auf jeden fall nehmen aber genaueres weil sie jetzt auch nicht den kathalterung fast halt nur am t 248 und noch eine nummer klein aber nicht am t 300 ah ok sehr schade beide zahrende aufpassen die die 03 grüße ich meinsen logitech kommt mir auch nicht mehr ins haus die kauf rein in ebay rein ich muss sagen ich habe das jetzt zwei jahre ein halb ungefähr keine probleme absolut zufrieden damit es ist absolut genau ich kann mir auch vorstellen dass wenn man mal zahnrämen gewohnt ist dass man dann den unterschied auch schätzt lange man ihn nicht kennt und ich bin den unterschied gar nicht von einem fahrer tag oder ähnlichem ich damit voll happy gerade zehn jahre und dann wird stück hier gleich nochmal geschafft Untertitelung des ZDF, 2020 Ich überlege noch, dass ich die Front-Potflügel vorne abnehme. Die Glänzen so komisch. Den, der bei uns da früher war, der hatte auch keine. Der war halt auch irgendwie immer dreckig und vollgespritzt hier vorne an den Scheiben da drunten. Jan grüß dich, Moinsen. Das ist richtig schier hier. Ich muss richtig noch packen. Stellenanzeige ist raus. Ich sage es dir, auf Jobsuche bin ich. Bei Bertels aufgeben und dann hier kleinen Hobbylandwirten suchen, wo ich arbeiten kann. Wo man die alten Geschichten fahren kann. Oh, guck mal, hier ist noch ein Stück. Da muss ich gleich nochmal Feld erstellen machen. Agrarlife, grüß dich, ne? Moin, moin. Deutsch-Fahrer, ja, so geht das. G29 auch, aber nach sieben Jahren Dauereinsatz will ich mal was Neues. Bei Logitech stört und nervig ist, ist die App, die macht Probleme. Aber ja, höre ich ja auch immer wieder hier im Stream. Aber da habe ich eben seit Beginn die alte App, die alte Gaming-Software. Und mit der hatte ich nie das Problem. Eine Woche bei Chris auf dem Hof Urlaub machen. Ja, ja. Der hat ja auch seinen sehr besonderen, nostalgischen Geschmack, was bei ihm in der Kindheit da rumgefahren ist. Ich sage mal, mit dem Ford zum Beispiel, da kann ich nichts anfangen. Ford 6810, schönes Ding, gar nichts dagegen, aber da habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu. 1555er, da bin ich sofort wieder dabei. Alles, was Fendt ist, glaube ich, da werden wir uns auch schon einig. Und natürlich mit Reifen bin ich bei Chris, oder mit Chris auch immer relativ schnell auf Augenhöhe. Muss nicht immer ein Gewicht sein, aber... Aber ich glaube, bei dem Fiat hier, da wird er wahrscheinlich auch nicht mitgehen. Chris Joystick, ne? Mega geil, mega geil, da wächst richtig der Neid, ne? Also das hätte wohl jeder gerne, so einen ordentlichen, originalen Fan Joystick, Mario Joystick drin. Mit Funktionen, mit Belichtung, geiles Ding. Mittwoch ist das, ne? Muss ich mal gerade gucken. Letzten Mittwoch musste ich Chris absagen. Hä, das war, habe ich denn eine rundum leuchtet, die muss ich aber wieder schnell abschrauben. Das hat sich falsch konfiguriert. Brauche ich nicht. So ein Tüch. Hey. 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 doch keine schönen armen schönste noch an die dankeschön fürs reinschalten ja auch schönes wochenende und so 20 jahrzehnt er soll jetzt stattfinden ich habe ihn gerade mal geschrieben eine fahrt die beleuchtung auch nicht ist es das so ich glaube dann lassen wir hier den acker so dann wäre nur noch vorgewände und dann machen wir schon mal auf dem auf der anderen fläche weiter da machen wir die hier jetzt fertig dann wäre die abgeschlossen oder könnte man theoretisch schon drillen warum eigentlich nicht drei fuß mario grüß dich meinen schau hat die grüß dich moin moin ja sicher der hof ist leicht abgeändert noch mal oder neu gebaut aber ansonsten ist es eher so geil wie das wünsche was groß so ist es nämlich bei mir auch also das kühle blonde ist noch nicht offen aber aber die musik schlepper herrlichkeit rick sie einfach mittelie servus ja das glaube ich wussten es wird für einige leute eine lustige geschichte ob mir das so geht weiß ich nicht ob ich dann immer noch sagt dass das lustig ist durch sein mahlzeit grüß dich moin ich will mal kurz weg der keine hunger ist da wir haben eine büffelette rein büffel büffel hüfte gönnen hier steht für gönnen also ja hier steht für die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Is there anything 8090 in Germany in Italy? The new one of the wrong sound this is a not real sound for us the king below any in Germany in Italy This is a working track that is private sold unbreakable It is is an arschgeiler schlepper ich kenne ihn aus meiner Kindheit ich weiß nicht ob du mich verstehst I'm a childhood known tractor But I think they are not many On the road in Germany Out of working tractor sorry Glipperaum grüße moin moin es wird ein sehr unterhaltsames event glaube ich die ganzen kram 100 14 wagen und wecker und so weiter und dann die leute alle leute und die keine ahnung dann davon haben ja nicht eingeschlossen ja ich bin gespannt Aber nochmal die kante sauer machen hier Ich bin ein guter, ich bin ein sehr gutermer Ich bin ein sehr guter, ich bin ein sehr guter, ich bin ein sehr guter Und jetzt in einem sehr guter Merkensche, wir haben nach der Verkaufel super und dann fahren wir jetzt hier hoch machen wir da vorgewendet und dann ist fertig und dann fahren wir erst mal zu den kleinen flächen oder fahren von der anderen seite auf die andere fläche nicht über das geflüchteter fahren das gehört sich doch nicht wer kennt das denn also das war früher bei uns auch oft gang und gäbe dass darüber diskutiert wurde hier wenn man an fremden grundstücken war da man dran gekommen ist nicht bescheid gesagt hat nicht rechtzeitig bescheid gesagt hat und mal aber auch wieder feld erstellen an mir näher dran wollen wir noch mal weil ich mir vorstellen könnte das ich auch noch mal krass also dieses jahr so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 geiles schlepperchen ich muss nicht nur umziehen hier wie sehe ich dann eigentlich aus hier so geht das nicht so die falsche haare hier so schnurri sicher hier hat man ja mal fern von sein oder hier so auf dem boden geblieben ist arbeitsschuhe brille noch mal und dann ist gut schnacki shirt antwirt in mv so warte mal welches machen wir jetzt mal also der große hier muss noch dann die beiden noch hier steht noch meister noch gehäckselt werden muss aber auch für vier gehen könnte ich hier lang flügen auf der seite anfangen erst kurze bahn und hier runter arbeiten drillen und hier würde vielleicht auch ich fahre übrigens mit 15 meter gassen hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist der Rand vielleicht nochmal, muss ich nochmal machen ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, theoretisch, ja, ich zum Flügen bestellen, das wäre es nochmal, hier, Lohndienstleistung im LS, Server übergreift, also, paar Kilometer kann ich wohl in Kauf nehmen, an der Ostseeküste oder, wo muss er geflügt werden? Muss ich gespannen selber mitbringen oder wie sieht das aus? Komm ich alleine oder kann ich auch jemanden mitbringen? Ich kenne jemanden, der auch genauso gerne flügt oder wenn nicht noch mehr. Obst, Schakalle. Volles Programm, was heißt das? Volles Programm, was heißt das? Volles Programm, was heißt das? Untertitelung des ZDF, 2020 Der Knick schon im Weg 130 Hektar Pflüge Am Samstag die Karte von dem Buhr Die kommt auch Mittwoch Also 130 Hektar Pflügen Da brauche ich, weiß ich nicht, 12 Schare oder so Da brauche ich einen Online-Flug auch auf jeden Fall 130 Hektar mache ich nicht mit einem 5 Scharflug Noch an meine gemeinsamen Abende mit Schraubstockkalle und Floh denke Wo wir in, äh, auf der Mecklenburg Geflügt haben Zwei mit, das waren das 12 Scharflug 70 Hektar am Stück Das war schon wild Milo Nino 09 Herzlich Willkommen, schönen guten Abend Schon geil, ne? Oh, der Radiergummi hier, Eraser Vielen, vielen Dank für den dritten Monat Moin Dankeschön In echt würde ich das mit einem 4 Schar machen Aber in L.S. Nein, danke Yes Das würde ich, das würde ich genauso auch unterscheiden In echt würde ich dir das locker machen Mit dem Schlepper hier, da reiß ich noch mehr hängt da mal rum Bei in echt mit dem Schlepper hier, das, ja, weiß ich, ich müsste mich auch noch mal fragen Wenn ich den einmal in echt gefahren bin Aber im Scharflug in echt 130 Hektar glaube ich kein, kein Thema, ne? Hier ist Ding, mein lieber Mann, Milo, danke Meins den Fiat oder was Houston, einmal auf der MVP Mit 3 So 12 Schalen in eine Kolonne gepflügt War ein Erlebnis, brauche ich aber auch nicht wieder Yes, genau, wir haben mit 2 in eine Kolonne gepflügt Ja, interessant Hat Spaß gemacht Ich kriege da einfach, also wirklich, da kriege ich einfach ein Feeling, ne? Wenn ich den so sehe hier Ja, wir sehen uns leider auch nicht wieder Ja, wir sehen uns ja dann mal geht es hier Das ist ja so, 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 das ist ja so. mir vorbei eine neue karte von deborah nie also ja er ist ja dabei aber nicht jetzt das hat irgendwann wird man sagen im nächsten jahr irgendwann mal kann man darüber reden aber brachte der beste selber ich glaube aktuell ist das überhaupt nicht das thema er spielt auch einfach nur auf der ostseeküste macht ein bisschen nostalgie und hat spaß mal wieder am landwirtschaftssimulator da musst du dem glaube ich aktuell nicht mit dem mit der map kommen also gülle baron ich weiß nicht da muss muss so viel informationen haben es sich ist sich nicht von nein da kommt nix am mittwoch das mit dem mittwoch das ist so ein ist ein ist ein running kick fach ich mal weil so oft gefragt wurde auch mit der karte von alex der auf diesen grund auch von wertig zu sein da so ein bisschen als als standard antwort eingebürgert hat zu sagen die kommt am mittwoch aber völlig uns spezifisch welche mit aber in absehbarer zeit jetzt nicht da gibt es kein datum jeder für die eine noch für die andere er grüße und neun meyer 24 6 9 ja 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 Das sieht doch gut aus. Es gibt in Niedersachsen diesen einen Kartoffelbauer, meine ich, der hat den Fiat 18090 TT2. Das ist relativ gut erhalten. Ich weiß nicht, ob das eine Doku über den war oder ob er selber YouTube-Videos macht. Den müsste man vielleicht mal kontaktieren, wenn es da nochmal um den Sound geht. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Am Futtermischer. 180 90 dt am futtermischer muss man halt auch wo also können so wahrscheinlich auch jemand der sich da nicht von trennen kann so Was mich mal ja interessieren würde, Chad, ist, was ihr von diesem Texturpaket haltet. Also generell den Umstand dazu. Ich habe da jetzt 3 Euro für bezahlt. Und ja, das ist für mich auch, ehrlich gesagt, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu. Diese Tendenz, aber ja, so richtig eine Meinung dazu einzunehmen, fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer. Ja, also es geht darum, ob man für Mods oder Inhalte fürs Spiel bezahlen sollte oder ja, ob man dazu steht. Naja, und natürlich auch die Qualität jetzt hier dieser Texturen, kann man natürlich auch drüber sprechen. Ja, auch nicht. Auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Einer mit zwei Schnecken. Ist irgendwie cool, muss man halt wollen, Geld dafür auszugeben, für diese extra Texturen. Ja, genau. Ich finde, ich bin bei diesem Textur-Ding jetzt, in dem Fall ist der Mod ja auch so im Mod-Hub erschienen, das heißt, er ist ganz normal für Konsole, für alle zugänglich, spielbar. Und wer möchte, kann sich so einen extra Bonus gönnen, für 3 Euro, den halt mit diesen Texturen zu spielen. So, das finde ich irgendwie voll in Ordnung. Wenn man aber einfach nur eine Mod quasi, nur gegen Bezahlung, öffentlich, ist es irgendwie schade. Und andererseits kann ich ja dann aber auch verstehen, gut, dann macht der Modder sich da ja auch also viermal arbeiten mit wahrscheinlich. Einmal eine normale Version zu veröffentlichen, dann eine mit High-Quality-Texturen. Ja, und dann auch irgendwann die Frage, wohin führt das Ganze dann? Also nimmt dann die Qualität von normalen Mods stärker ab? Und die eigentliche Qualität erreicht man nur noch, indem man halt Geld bezahlt? Oder ist es dann wirklich so der Weg dahin, dass man irgendwann nur noch Geld bezahlen muss? Das finde ich, also das frage ich mich so ein bisschen, wo führt die Reise uns dann hin? Grundsätzlich finde ich das, also bei dem hier fand ich das jetzt einfach cool. Ich würde es mir halt wünschen, wenn es Modder geben würde, die vielleicht ja auch nur Texturen machen, irgendwie so, die Mods, die schon bestehen. Da dann einfach nur nochmal sich eine Schippe draufpacken, dass das Ding halt irgendwie realistischer, gebrauchter aussieht oder sowas. Dann kaufst du dir das Ding und dann eine I3D dazu und dann packst du dir das in den Mod-Ordner. Du musst trotzdem den Mod nochmal laden von dem Ursprungs-Ur-Modder, der kriegt dafür sozusagen seine Kohle über Mod-Hub oder so. Und man hat dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr Individualisierung dabei. Eben auch nur für die, die möchten. Trotzdem hat man das Problem der Verbeilfertigung und so weiter, wie es auf dem Server ist es halt. Aber, ja, sehe da drin halt irgendwie auch das Potenzial, dass dann Mods noch individueller geiler werden. Und sowas hier, ein Use-Look, das am Arschgeil ist. Naja, was sagt ihr dazu? Ich muss gesagt, ich finde es irgendwie cool, aber muss man halt wollen, genau. Skill-Ausfindung finde ich völlig in Ordnung, wenn man dafür eben auch Qualität bekommt. Und wenn jetzt jeder mit irgendeinem Müll wäre, das wäre der Tattoo-Lack-Quatsch. Ja, bei Twitch sagt, bin ich dafür und damit Moin. Grüß dich, ja, bei Twitch. Ist gut, Gebäude, Fahrzeuge etc. Immer ran damit. Was ich nicht brauche oder möchte, brauche ich auch nicht kaufen. Ja. Muss man aber, finde ich, im Umkehrschluss. Also ja, hast du ja recht, aber dann, wenn es nur noch so wäre, bedeutet das Standardspiel oder kaufen. Standardspiel, DLC, also Standardspiel oder DLCs kaufen oder Mods kaufen. Ansonsten gibt es dann ja irgendwann dann nichts mehr dazwischen, oder? So, wie jetzt. Kaffee ist auch heiß. Heinz Mayer, vielen, vielen Dank fürs Raiden, herzlich willkommen. Für den Feierabend hier wahrscheinlich nach dem Stream, ne? Dankeschön. Ist ja zum Beispiel im ETS schon gang und gäbe mit Playmots. Klar, das ist auf der Giant Seite mit dem Sinne verboten, aber gibt ja, wie wir mittlerweile sehen, genug Wege, das zu umgehen. Trust New, grüßt dich, Moinsen. Louis, ein wunderschönen Moinsen. Zum Zweiten. Skill aus der Nordfriese. Ist halt wirklich die Frage, ob es das irgendwann nur noch gibt. Dann glaube ich, würde das Spiel ziemlich schnell aussterben. Da wird es aussterben, oder wird sich dann auch Qualität dadurch besser werden? Einfach dadurch, dass in Qualität drin sind, muss ich auch dann besser verkaufen. Also nicht. Er spielt kaum eine Rolle, solange es nicht Activision Blizzard Menschen annimmt. Agrario Moinsen, grüßt dich, der Giant-Mitarbeiter. Was sagt denn Giant dazu? Oder Agrario im Namen von Giant. Der Giant-Mitar вм lilten, Grüne Moin. Alles gut. Das Bett, wir sagen jetzt mal, schnell noch bin ich goes. Vor FEMA-Ginkopong. There, was erFI? Was ist ein kayak Gitar bacon. ρα Daniel, wie wir jetzt zehn Minuten irgendwo mehr tun Com Cur politybrauchen altre... es ging darum um dieses textur paket was man eben hier für den vier sich dazu erwerben kann und ja ein mal qualität zum anderen aber auch dass das mit dem spielmann mann solche wege geht manchmal deutlich erwerben und spielinhalten spielergänzungen sein sektoren die shader oder so mit aber oder so was können es auch sein dass ich ganz im ort oder so oder so ja eben auf anderen plattformen außerdem motto häufig zu erwerben sind ich habe gesagt oder wir haben gesagt in diesem falle wurde das irgendwie ganz schön gemacht im sinne von den motto auf verfügung stellen crossplay ist möglich und wer möchte der kann halt 230 mb sein spielordner packen und dazu die hd texturen für drei euro kaufen und die sind ja in diesem fall oder auch irgendwie geil ich bin saugeil so was man auch noch mal geil seitens scheinen sehen wir sowas glaube ich glaube ich nicht gerne so sehen wir sowas sollten kostenlos sein aber rein rechtlich ist sowas okay so wir haben jetzt hier gerade eine synchro gesehen und damit schuhe aus die ersten daran eingeteilt müssen wir vielleicht mal sie nicht reizist eingekommen und ihr wollt ihr da vielleicht eine hofführung mal reinbekommen und unterbrechen das lügen hier gerade mal and drive grüß dich moinsen und das oder sowas wie dies hier ist eine grund map jedes modell was man fahren muss man zahlen aber alles bis ins letzte detailliert mit steuerung und so weiter also sagte qualität dann aber dann kann man auch bezahlen dafür wäre halt wünschenswert wenn solche sachen wie hier jetzt da mal passieren und die frage ist aber ob der reiz dafür da ist dafür nichts gibt also so eine geile use hier zum beispiel modelle zu machen hat ja wahrscheinlich keiner bock drauf als oder vor allem weil es sich halt nicht in dem sinne rechnet so viel zeit im prefab veröffentlichen schalte jetzt mal gerade hier raus an bremse rein meine mucke mal ein bisschen leiser machen oder ich fahre da mal hin oder ich fahre mal zu dem hof hin meint ihr das und die modelle 1 zu 1 steuer war sind wie in echt mit einem zipp und zopp ja geil wäre da war es ja alles im rahmen des spiels sein ich sag mal moin ja schönen guten tag robert ja hallo ich wollte mal gerade an zum hof kommen hätte letzte zeit für oder bock ja sicher sicher ich ist aufgeräumt oder ja ja ich war gerade auch hier so ein kippe in der schuppe und dann ja klar über gerne über gerne ich habe hier schon den ersten acker wieder runter geflügt im hof jetzt gerade den nächsten die nummer vier hier dachte mir jetzt muss ja mal ein bisschen zeitig was was klappen haben wir das jetzt schon 20 vor sechs schon wieder geht ja schon wieder richtung dämmerung ja und irgendwann müssen wir das ja auch mal rein kriegen hier ja sicher ich komme mal rüber gefahren ich würde gerne mal die strecke fühlen wie sich so anfühlt zu dir zu fahren ja sehr gut gut sehr sehr gut ich glaube dann nehme ich aber den den fan ja das sind ja auch mal hof ja du hast noch mal schön gebäck gepflastert jetzt habe ich habe finalisiert finale fertig jetzt muss noch abgerüttelt werden da warte ich noch ein bisschen bis der ist die rückenstützen richtig auswerten an den kanten stein losgehen fertig dann kann das wenn das abdach darauf mit dem krieg muss man noch aufpassen hier hinten dran ja da musst du mich wusste muss ich mal ein bisschen einführen knicks und koppeln und sowas das ist wieder ich bin ja zugezogener zugezogen mit der mund münsterländer zugezogene hier oben in olstein der küste der küste schön hier irgendwie auch mal ganz schön hier so so ach der neue ladewagen der ladewagen ist da ja habe ich noch kein plätzchen für gefunden den muss ich noch in eine halle schieben aber da ja schieb ich nochmal rein da ich mitnehmen und der fiat noch davor macht sich der fiat vom flug er zieht in 1 ehrlich zieht wie der winde sagst du das ist ein tier der ladewagen dachte ich vielleicht wenn wir da irgendwo noch mal ein schnitt runter noch mal einfahren kann wo wir ins neue jahr mit dem neuen rhythmus eingehen gucken habe ich noch keine fläche für ausgemacht sag ja ein bisschen grünland hätten wir hier hinterm hof bei mir ganz ja interesse gerne was machen ist da angemeldet der ladewagen und darüber hinaus zu machen achso ne das wollte ich sagen achso genau mit mit alten jahren zu ich habe mir noch so eine maisschlech ins auge gefasst ja 3,5 hektar man darf vielleicht noch ein bisschen ccm macht sicher bei gelegenheit aber das ist jetzt nicht meine ne 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 da habe ich mir gehört gekauft na ja ja gerne klar erst immer erntereif aber macht ja nix nö hier bei ccm barone kloppt ne glaubt ja so jetzt muss ich mir aber warte mal muss mal im blick ins navi werfen wo fahr ich denn da lang ich war hier links hoch von der recht aber wieder nach links war dann bei der ersten war der zweiten kann bei der ersten reinfahren na gut eigentlich auf anderen höfen außer bei brinkers in lander so etwas umgebaut in der winterpause grundsätzlich oder in dieser saison meinst du da vor der war ich wollte eben mit dem fiat nicht fahren er fährt nur 35 und da kann er vom flug bleiben und eben mit dem fänd rüber fahren das schöne ist jetzt mit die def control sie wird drauf haben dass man die maschine auch schon mal die abnutzung ein bisschen machen kann ja auch was lieber hart zum beispiel ist es auch richtig geil ich hab noch was hast du das easy def ist das f12 ja ich glaube ich auch sogar standardmäßig ja dann kann gut sein weil das habe ich mir mal irgendwann wegbelegt ich dachte vorhin schon wieder ich will auch drauf den mod ist weg aber auch nicht weiter nachguckt ich weiß irgendwie noch mal anpassen wollte aber auch dann ist heute in die nacht drücken kann man nicht in der zeit man nicht oder was von ja ja ich kann so vorgehen wenn der zurück dann macht er irgendwie elf monate vor okay gut dass ich es nicht gemacht habe grundsätzlich növlo driver grundsätzlich machen das alle also grundsätzlich immer der winter dafür da um solche sachen wie man umbau oder sachen die irgendwie im jahr nicht reinpassen zu machen maschinen anzupassen zu bearbeiten diskutieren nochmal zu diskutieren nochmal zu diskutieren eben doch wieder beim rüben fahren ja also kaufen wir jetzt den 8r x ich glaube nicht gar nicht herrlich ansonsten floträuber ist es bei er hat zumindest dieses jahr an hier muss ich rein keine leih umbau noch ausnahmen geplant viele pötte stehen schweine stelle stehen ist da was wir brauchen alles so wie es ist wofür ist das denn 8x oder 1046 sagt lou hier 1046 zu schwach ach nee nicht nee nee heute nee heute nicht heute mal andere themen den loder mit seiner schlacht kräftigen scheibenegge den würde ich mir trotzdem mal zu rande ziehen glaube ich ja um den öl rettig rein zu bauen mit der scheibenegge das ist ein bisschen verzucht und ja das könnte man eigentlich ganz gut machen das macht man hier links geht es schon mal zur fläche weil ich mal einmal kurz um den hoch hier rum war sie um leitung und dann ist ja jetzt rechts hier das uhrenhaus ne das ist das mietshaus mit haus und da muss ich da mal eben wenden dann komme ich gleich auf dem hof auf da muss ach ja hier und links das grünland da könnte ich mal eben mehr rüber ne ja genau sehr gerne wenn luka schönen guten abend hier bei der feld ausfahrt da steil da muss noch ein bisschen angepasst werden ja ja ich glaube ich muss noch mal gucken vielleicht hat es sich auch nur so angefühlt aber ein bisschen abschwächen ja wohl auch was ich habe es jetzt schon ein bisschen hochziehen ja aktuell zu zweit genau jetzt hier auch ein ja da ist aber was zu ich habe mich hier selbst eingeladen genau ja und was hat ist hier für ein hof ja was ist das hier für eine geschichte was ist das hier für eine geschichte ja boi ja ja herzlich willkommen auch in meiner heimat ja ja tatsächlich ja noch aktuellen heimat äh nicht der der eigentliche väterliche betrieb aber ein ein sehr enger nachbar hier und irgendwie diese idee von dir oder das was du da so gestartet hattest das mal also aus der jugend also aus deiner jugendzeit da irgendwie den den nachbarbetrieb oder den betrieb wo du groß geworden bist nachzubauen habe ich irgendwie aufgegriffen und fand ich super interessant und habe das dir mal nachgetan ja zugegebenermaßen ja ja komme ich ja aus dem münsterland wie vielen bekannt denke ich und deshalb ist es natürlich auch so ein bisschen der der stil hier auch wenn du schon hochgefahren bist den weg äh der ist ziemlich kahl rechts und links das ist ja bei uns relativ typisch also einfach nicht ganz so viele knicks wie ich gelernt habe mhm und hacken und so und genau also ähm ja aber von der hofaufteilung passt das hier super so wenn du dich mal umdrehst und Richtung hügel schaust ähm ist das bei uns genauso also es geht geht so ein bisschen also auf diesem hof genauso es geht den hügel hoch die windräder sieht man auch genauso ähm aber das passte irgendwie hier echt perfekt hin und ja das ganze ist hier ein ja mittlerweile muss man sagen kleiner betrieb früher war es ein mittlerer betrieb zumindest in unserer gegend schweinemastbetrieb und ackerbau ähm ja man hat zur linken seite einen stall der auch noch werkstatt ist mhm ähm rechte seite sind zwei steunen und die fütterungs die fütterungsschoppe hier haben wir maschinenschuppen mhm auch die tatsächlich alles so die geräte bis auf vielleicht die ein oder andere marke passt nicht ganz aber sonst so die gerätschaften die auch am hof sind da noch tatsächlich mhm 1200 liter spritze amazone düngerstreuer ja hier ist die fütterungshalle ähm oder fütterungsschoppe oder wie auch immer zum ccm und getreideschrot einfüllen das wurde auf dem betrieb immer so gemacht also der betrieb hat mittlerweile keine schweine mehr ähm aber das wurde auf dem betrieb immer so gemacht dass die gerste gemahlen wurde und dann eingelagert wurde und dann zusammen mit ccm halt hier eingefüllt wurde und daneben war ein kleiner sumpf und eine mühle die dann den weizen noch mit zu gemahlen hat und mineralfutter aus einem zusätzlichen silo mit rein mhm ich weiß aber auch aus meiner kindheit gar nicht mehr wie der bei mir das futter gemacht hat also da habe ich irgendwie das habe ich irgendwie nie mit geschnitten ob und wo und wie das futter da reinkommen ich meine dass ein lkw gekommen ist und dass das eher in den silos hätte ich war oder so aber ja das habe ich auf jeden fall auch noch nicht so gesehen das soll innen drin so ein mischer da gearbeitet wurde bei ihm war der ganz eingelassen auch natürlich der sah auch ein bisschen anders aus aber das war jetzt das was ich zur verfügung hatte aus unserer bekannten schweinefutter produktion ein bisschen umgefrickelt ähm genau und ja kann sein also viele lassen ja auch einfach futter kommen mischen ja gar nicht selber ne mhm ja auch einige betriebe genau und dann einmal hier rund um die ecke gerne nochmal welches eck also einmal den hof runter quasi ja ah da hinten ist auch mhm die siloanlage das äh das hat tatsächlich ganz gut geklappt die so nachzubauen klar die halle ist ein bisschen modern ja die ist mittlerweile schon etwas etwas oller aber ansonsten einmal rechte seite das ccn silo und linke seite das besagt gersten mehl silo oder gerstenschrot silo könnte anfangen zu keimen hier bei der feuchtigkeit oder er ist konserviert mit luprosil und bei ihm ist es so dass hier die halle daneben ähm dass das hier komplett zu ist halt mhm ja hier die alte misstplatte das war früher der alte kuhstall hier ein bisschen rumpelig hier das lütte ding hier war der kuhstall hier? ja genau das war früher der kuhstall mhm also mit einschließlich dem der tenne hier halt ne also so wie es hier ist war es tatsächlich früher auch zumindest auf der rechten seite und linke seite das ist jetzt mittlerweile ähm ja auch ein oder war halt auch ein schweinestall und dann ging es hier geradeaus ins ins haus rein mhm ja ist aber auch schon zu meiner zeit immer auch ungenutzt gewesen also auch kein kuhstall mehr gewesen mhm ja das wäre bei meinem hof eigentlich auch so dass es halt ein kleiner kuhstall ein alter kuhstall war und der dann ja auch irgendwann oder mittlerweile heutzutage nicht mehr genutzt wird aber zu meiner zeit auf jeden fall immer noch der milchlaster da war und es noch aktiv war deswegen habe ich mir gedacht wenn du jetzt aufs schweine gehst dann werde ich halt die schweine auch weiter nutzen aber ich kann die kühe nicht davon lassen also ich muss mit kühen arbeiten weil das damals halt schon aber weiß ich nicht schon mit haupteinkunft denke ich mal war mhm wobei schweine schweine bringen scheine wahrscheinlich dass er haupteinkunft aber auf jeden fall gehörte es mit zur einkunft dazu ja ja hier das habe ich nicht mehr miterlebt also rindviecher und kühe das war vor meiner zeit der hat halt immer so gute tausend mastweine und halt seinen ackerbau ja ja gülle mit eigenem güllewagen da würde man halt vielleicht vor dem mais noch was mitmachen wenn man es direkt einarbeitet oder so getreide das getreide hat er auch relativ früh schon in die lohne fahren lassen mit schleppschläuche oder schleppschuh oder den nachbarn ja da helfe ich gerne falls hilfe gebraucht wird einarbeiten külle fahren gerne ja geil ja rabe grubber hier ja das ist bei ihm lämpchen aber im prinzip genauso aufgebaut mhm den müsste ich noch umschreiben auf flach grubber ja der ist noch ein normaler grubber aktuell mhm ja und extrem viel tüdelüt hier für deine verhältnisse weil bei euch ja eigentlich sonst immer alles aufgeräumt ist so hatte ich es mir eigentlich gemerkt ja bei ihm ist das ein bisschen anders da steht auch mal hier und da was rum und ja also maschinen sind eigentlich so in schuss und gewartet aber das drumherum ist so manchmal ein bisschen so wie es ist ja Stefan danke dir ich habe gefragt was denn jetzt hier los habe ich was verpasst ja da müssen wir jetzt glaube ich nochmal alles erzählen grundsätzlich ist hier eine spielwiese für uns entstanden wo wir ein bisschen ausgetauscht haben kindheitshöfe aufzubauen oder zu bauen und ein bisschen in erinnerung zu spielen eine kleine spiel oase für uns im winter oder in sonstigen zwischenzeiten ja dann mache ich mal eben die drohne dass ich die einmal hoch schicke ich glaube dann kann man über das über den hof nochmal eine bessere übersicht bekommen so wie du ihn dir auch gedacht hast genau hinten der kleine Garten hinterm Bauernhaus da hast du dich ja noch ein bisschen ausgetobt ausgelassen genau der kleine Teich ja die Photovoltaik passt ganz gut da ist er nämlich ziemlich auf zack eigentlich hat er auf der anderen Halle oder eigentlich auf fast jedem Dach was drauf das ist jetzt halt nur bei der neueren Halle so aber passt gut ins Bild also an der Stelle wirklich nochmal gesagt das ist beeindruckend was mit dem LS geht also mit mit all dem ganzen Kram der gemoddet wurde in den vergangenen Jahren oder in der Zeit und einfach mit den Möglichkeiten aus dem Spiel heraus es ist so geil also das ist wirklich einfach ja natürlich nicht jedes Gebäude eins zu eins logisch die Texturen so passen nicht aber ansonsten auch von Proportionen her oder so mehr oder weniger genauso wie es da ist finde ich auch also das ist einfach geil dieses Tool wie es im 19er irgendwie angefangen hatte und man irgendwie ja alles irgendwie doch nicht so richtig und man doch meistens wieder im GE machen musste das ist jetzt in game so gut so viel umsetzbar auch eben wegen der Modder durch die Türen die du hier und da platzieren kannst das ist einfach geil macht Spaß mega ja mal einen kleinen Rundflug auf welcher Fläche ist das entstanden? fragt die Floodäuber der 23 23 ein Zipfel von der 24 noch mit ja deshalb weil wie gesagt es geht der Hof liegt so ein bisschen tiefer und wenn man so geradeaus vom Hof runterfährt dann geht es den Hübel hoch dann eben die Windräder die auch im Hintergrund da bei uns dann so stehen so oder so ähnlich irgendwie passte das ganz gut mhm die Straße die ja die halt so am Hof vorbeiführt andere Straßenseite die Halle und die das Mietshaus ja Güllepötte genau die sind halt auch aus Steinen jetzt hier die sind aus Holz aber ich hab die halt genommen weil die so schön old sind von hier hinten ja das ist eine Idylle ich muss sagen ich finde die die roten Pflastersteine hinten im Garten richtig geil die Textur dazu ne absolut ja das ist echt so der Style von da super vor der Tür hatte die auch so genau so das ist echt ach hier ist jetzt seine Barbecue Ecke geworden jawoll genau da steht eigentlich ein Brunnen ja da muss ich nämlich noch mal auf die Suche machen aber da ist jetzt erstmal Barbecue Ecke da zahlt er ah Juki da wirst du nicht arbeitslos als Landschaftsgärtner was ist denn von oben Seewill was äh oben hab ich doch oben hier zack ja die Flächen das ist jetzt alles komplett neu da ja das muss man nochmal vernünftig dran herackern aber wir sind ja nicht hier um um Hektar zu machen und so sondern einfach ein bisschen richtig ein bisschen spaßer ein bisschen austoben ein bisschen mal einen alten Schalter fahren ach geil was hast du denn da eigentlich für ein Schalter wollte gerade sagen willst du mal eben den Fuhrpark nochmal kurz vorstellen hier was du da hast ja gerne oder ist weg ja wir haben hier Anhänger haben wir einen Welger den hat er so den Tandem Schraubmann hat er nicht der hat einen Einachsan alten mit Holzaufbau wir haben noch nichts passendes gefunden beziehungsweise diesen Tandem der fährt bei uns auch in der Nachbarschaft den hat ein anderer Nachbar und er leiht sich den auch öfter mal zur Getreideernte ja daneben steht der 6810 ähm BKT Pelle auch da sind ein paar Dinge hier auch der Flug dahinter und so das kennt man von mir anders aber es ist halt so wie es hier ist ne auf dem Betrieb also BKT Pelle Fünfter Flug auch tatsächlich dahinter eigentlich ein Lämpchen aber den habe ich auch auch nichts passendes gefunden ja kommt da aber auch wo wird der drücker der geht echt gut ja ein Pilz oben drauf äh das ist auch mittlerweile so also ein Lämpchensystem hat er zwar kein John Deere ein anderes aber das gibt es ja hier an der Seite steht noch ein alter Emsland so zum irgendwie Holzfahren mal ein bisschen oder mhm oder Saatgut holen oder so das ist auch das Fach wo du drin stehst wo er mal Kaminholz drin lagert der hat also auch Wald selber mhm ob man sich da mal ein bisschen Stammholz kommen lässt oder so ein bisschen was verarbeitet mal kicken wenn hier der Winter eintritt da haben wir aber genug zu tun in Landersuppen ja genau wenn hier Winter ist dann sind wir nicht da ja schön ich bin da sehr gespannt hier also ähm gerade wegen dem Pilz also ich habe noch nichts mit GPS bei mir auf dem Hof stehen ähm aber da äh können wir ja sowieso mal quatschen wie wir das da nochmal Handschlag äh Arbeit machen Hand in Hand Hand in Hand einmal noch hier den anderen Flapper zwei hat er ja mhm ähm da fühle ich mich auch irgendwie gerade richtig rein in die Kiste ja ein 9 68 oder 968 Steier mhm kleines schnuckeliges Ding dem habe ich nochmal ein bisschen bessere Bereifung verpasst den steuer Robust Frontlader der ist auch so tatsächlich da dran ähm richtig coole Kiste also cooler Sound und äh IC ist dran also irgendwie gefällt er mir immer mehr geil ja die Heugerätschaften die sind eigentlich auch ein bisschen zu modern da müssten eigentlich auch nochmal ältere her ja da wollte ich fragen weil du jetzt ja gar keine Kühe immer hast brauchst du die überhaupt also er nutzt also der der Schwader der läuft viel in der Nachbarschaft gerade zum Stroh wenden ja wenn da eigentlich gar nicht mehr früher hatte der der hat so 2-3 Wiesen gehabt da hat er immer selber noch geheult und das Heu dann verkauft ähm auch zu meiner Zeit noch immer so ein 2 Schnitte je nachdem mhm so auch ein bisschen zur Beschäftigung sag ich mal ähm vielleicht macht man das nochmal aber vielleicht ich glaube ich den Heubender auch wieder mal gucken ich habe mir den also ansonsten hätte ich selber an dem Interesse weil ich da ja auch ein paar Gerätschaften bräuchte ich komme nicht drum rum ich könnte sie mir auch leihen von dir wird sie auch hier holen ist auch nicht das Ding aber dann müssen sie nicht sofort wieder weg dann können sie hier auch erstmal stehen bleiben wenn das so original war weil ich kenne zum Beispiel von dem Hof wo ich früher war die haben Grünland gar nicht gemacht obwohl sie Kühe hatten das haben sie machen lassen also die hatten auf jeden Fall keinen Schwader die haben keinen Mähwerk gehabt wann ich mich erinnere zumindest ich weiß auch nicht ich bin eigentlich immer nur ackerbaulich irgendwie mit denen mitgefahren Gülle fahren Scheiben Ecken Lügen Drillen und ganz ganz früher noch Mais fahren das weiß ich auch noch aber ansonsten war ich einfach zu klein für um da einen Blick auf es zu haben glaube ich naja wahrscheinlich auch einfach noch nicht so tief im Thema dass man das so überblickt hat ne ne genau ja genau war wirklich ne weiß ich nicht acht neun Jahren stand ich da schon am Weltrand und dann bin ich darauf die Jahre immer hingegangen aber da habe mich wirklich andere Sachen interessiert außer als welches Gerät wie heißt das und was macht es B-Track Sound zu den Fragen mal hier würde das Safecam zum Download geben oder nicht wegen den Gebäuden etc also ich hatte gesagt zu meinem bevor du jetzt hier den Hof gebaut hast ich würde das schon gerne zur Verfügung stellen ich würde nur sagen dass ich keinen Support dafür geben würde die Mods zusammen zu suchen und mit als Paket oder als Liste oder sowas dazu zu geben das müsste man sich dann aus dem Safecam rausziehen und ich kann es halt auch nicht absichern dass alle Mods die so jetzt hier auch gerade bei dir mit der du hast den ja auch noch mal angepasst hier mit der Futteranlage dass das dann nicht zu Federn kommt das ist glaube ich das was ein bisschen problematisch daran ist aber hätte ich jetzt kein Thema mit das trotzdem zur Verfügung zu stellen hätte ich auch kein Thema mit aber ich frege halt ein bisschen rum ne der Schweinestall hier da habe ich halt auch die Türen vorhin relativ rudimentär einfach vorgesetzt vor welchen? den hier genau diese lässt sich eröffnen ja aber die halt alle nicht die hast du halt einfach davor gemacht ja das war ja alles immer nur so offene Gitter das ist halt nicht so der ist halt zu der Stall ja auch mit so Türen also das passt relativ gut ja ja gut das muss man sich dann selber zurecht machen vielleicht ja Volvo Paket zu verlosen ich hab dann kannst du gerne machen also kannst du auch gerne verlosen hier und schreib mir sonst gerne welches Gebäude ist das das hinterm Fendt? ich weiß nicht wie es heißt ist das hier European Grain Storage? ne meine Stall hast du gerade gesagt Old Pig Shed glaube ich hm hm den den bei uns Möllerings auch haben ah ja hm jo und Ackerbaulich was geht da bei dir jetzt? was hast du heute vor? irgendwas zu schaffen oder weiter bauen am Hof? ne das ist eigentlich erstmal soweit ganz gut vorangeschritten hm ja ich hätte halt gedacht die große Fläche am Hof da soll Ölrettich rein da soll nächstes Jahr Mais drauf hm das mach ich aber irgendwann mal mit mit der Klamotte vom vom Betrieb wo wir angestellt sind hm denke ich werde mich jetzt auch mal ans Pflügen machen 18 und also da wo das Windrad steht und 25 da soll Gäste rein jeweils 18 und 25 ja geil hat er immer geflügt ja geil ob ich das überhaupt noch kann mal gucken sicher machen ja werde ich auch gleich weitermachen ja danke für den Besuch sicher gerne danke für die Führung gerne zurecht kommen ich weiß aber auch einen dicken Brocken da vorne dran kleben ey ja beton ja sicher beton schön altes Ding das wollte ich so haben wollte ich so haben hier geht es aber noch relativ steil hier muss ich auch noch mal ein bisschen nachbessern so wo ist denn die Fluchfurche wo bis wir anfangen hier ja fangen wir mal an an der Seite ja fangen wir mal an an der Seite mhm Falko grüßt dich Moinsen schreibt dir mal mach mal Stefan streamt der gute Prezi Dreck er hat ein Follower verdient frag mal Ach Fritz du streamst du? hättest du doch mal Bock drauf? nur privat nur privat ach ja die Frage kam schon öfter also es freut mich natürlich dass Interesse da ist mhm aber ich trau mich nicht ja mal schauen mal schauen was die Zukunft noch so bringt nächstes Mal wenn ich bei dir zu Besuch bin bring ich Kamera mit und dann geht es direkt los mit Facecam Tolles Programm Markus Schulz grüßt dich moin ähm geht meine Schaltung wieder nicht ach nö da ist aber auch echt was weg zu flügen hier ja ja so wie geht das denn also man setzt hier erstmal schön an ne ja erklär doch mal wie hast du das früher mal gemacht also einmal so rum oder ne immer direkt angesetzt also dieses mit Furche ziehen das kenn ich von von ihm zumindest nicht mhm eieieiei ein bisschen zu ziehen hier aber passt ja B4 sind wir auch mal gefahren ach genau das wollte ich dich noch gefragt haben wie machst denn du das mit Handgas äh willst du das? ne geht auch gar nicht kann das sein dritt durch doch ich hatte das mal ich hatte das mal hier äh am Joystick habe ich so einen Regler in zwei Richtungen geht und da hatte ich das mal ähm etabliert aber ich habe ich wieder wegbelegt weil hatte ich irgendwann mal auf dem Safe also auf Lander so irgendwie das Problem dass er dann immer die Drehzahl nicht auf 800 gelassen hat und immer wenn ich Motor gestartet habe dass er dann gleich auf 1000 lief mhm ich will das mal nochmal einmal weil du willst dass er dann das Tempo hält dann ne? genau dass er nicht auf auf 2200 Touren dreht sondern halt auf 1800 mhm ich glaube es geht nicht aber wenn das geht dann würde ich das auch gerne mal mit einem Fiat gleich probieren ok sie viel weiß nicht wo würde das Safe Game denn veröffentlicht werden auf dem Discord äh Flo das keine Ahnung also ich glaube wir bauen ja die ganze Zeit noch ein bisschen und dann würde ich es weiß ich nicht ich würde die Jungs mal fragen ob das irgendwie es ist halt nicht Acker und Wiesn hier aber ob wir das sonst auf dem Acker und Wiesn rein geballert Markus Schulz sagt das geht nicht hätte ich auch gerne gerade weniger Handgas mehr Handgas da mehr Handgas weniger Handgas was aber warte mal das ist ja meine Fläche hier ne? die 22 hier die müsste ich auch flügen oder? ja warum geht das nicht? ich warte mal B so ach so da muss der Tempomat rein ja Tempomat aber trotzdem kannst du mit dem Handgas dann nicht die Umdrehung bestimmen oder? ne das stimmt das geht leider nicht man kann das im Stand einstellen aber sonst geht es nicht so richtig ja genau wenn du am Futtermischer am Futtermischer oder sowas kannst du schon einstellen aber nicht fürs Fahren ja du kannst aber die Drehzahl sag mal wenn du einen höheren Gang hast und du machst nicht so viel Geschwindigkeit mhm dann dreht er auch nicht auf Vollgas also zum Beispiel ich habe jetzt hier verstehe ja wie ist das denn jetzt hier mit mit der Flugtextur du musst alle Winkel haben ich weiß nicht ob alle aber kann sie mir erstmal passend raussuchen hier damit das ordentlich aussieht oder? hast du mich genau nicht natürlich bist du um eine gerade Furche da rein zu fahren ja ja da muss man sich erstmal hinarbeiten geil geil ey in der Furche flügen oh was quält er sich hier in der Furche ach du Schiete kann er gar nicht ist da drin da habe ich drin da habe ich drin ja das schreit schön Differenzial machst du auch rein ne ne hatte ich also mit dem Viert nicht hatte ich bisher nicht drin ne glaube ich musste ein bisschen drehen der hat nämlich 125 PS seiner hat aber 145 ja musst du da mal ran an die Software oder wie geht das da was zu drehen ja auch nicht wie das machen die Profis guck mal hier wir an oh guck mal ja kann die Bär da schlucht den Gang rein aha da steht der Tropfenhöhlen Stein hier langsam geht das hier also ist schon eine Ansage ein 5er für den Trecker das ist so aber wie gesagt bei uns funktioniert es auch ganz gut der Flug gefällt mir eigentlich auch wohl ich habe auch ein bisschen mehr Dampf ich hätte es ja gerne dass der Schlepper noch ein bisschen schräger an der Furche liegt und ähm ja das konnte mir bisher aber noch keiner beantworten irgendwie musste auch die verschiedenen Texturen ob es jetzt gegrubbert ist oder eben geflücht muss eigentlich so eine irgendwo eine Ansage oder Angabe haben wie tief man da drin einsinkt das habe ich aber noch nicht gefunden weder im Standardspiel noch in der Map irgendwie wo das hinterlegen ist falls da irgendwie die Schwarmintelligenz reicht kann man das anpassen Ostseeküste ist das michael ja die gibt es zum download in 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 Mott hat jo Stefan Dankeschön 6 km h ist natürlich von 6 ist natürlich eine Ansage gut ja auch bergauf hier ja das ist echt ja geil ich hoffe ich hoffe dich hält die Motivation hier mit dem Fluch nicht mit 6 km h glaube ich ich werde mich mal in meinen Fans schmeißen ich werde mal so langsam Richtung Heimat fahren mhm ich muss allerdings auch gleich nochmal los Fifi holen mhm und dann wäre ich später auch nochmal da ja Tito dann kümmer ich mich mal um 2 PS mehr ja perfekt und dann geht es hier ans Flügen bockt irgendwie schon ein bisschen knall ich hier nochmal gleich ein GPS Kurs rein guck mal so geht man bohrt den Block ein wenig nach und baut über maßkolben ein mit anderen Einspritztüsen mit mehr Druck in Einspritzzeitpunkt ein wenig früher boah mhm nicht schlecht hast du gemerkt das machst du gleich mal das machen wir gleich mal also tatsächlich hat er den so original also da wurde bei ihm nichts dran gemacht ja ähm aber ja interessant interessant ich bin wohl breiter stellen ne so dann wollen wir mal gucken automatische Breite 2,80 m oha Track-Name 18 End 20 PS nochmal aber man kann das ja auch ein bisschen übertreiben bis 90 PS hört schaltung ist irgendwie komisch empfind beziehungsweise das sound zu der schaltung das ist nicht gesund ja das kann ich mir vorstellen das glaube ich auch hessen agrar grüße moin moin wie gesagt 125 hat er glaube ich Nennleistung und so einer hat 144 glaube ich mal irgendwie an der Bremse so eine Zahl hatte ich im Kopf aber das passt dann ja 20 PS da ja und tatsächlich habe ich ja Anfang der Woche auch noch damit gepflügt oder so bei mir zuhause mhm genau so total macht ja richtig Spaß hier ne jetzt jetzt muss ich jetzt muss ich muss ich nach rechts und dann nach links oder ha 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 da muss ich mir ja erstmal dran gewöhnen hier rechts und nach links dann jahoo oh jetzt guck ich mir mal an wie die wie die Justus von dem Flug ach ja das hätte ich mal sofort machen sollen das sieht ja super aus das sieht ja super aus ja das ist ja auch ne wirklich trock das muss ich auch an Triticale sehen ja sehr schön erst mal gar grüße an deine Ostseeküste da kann man ja 20 mehr rechnen gegen den Boost ist ja uns hat er nicht meines Wissens aber die Flug die Flug ne wie nennt man das die Artikel System ist nicht so cool und der Flug zu breit 2,80 macht er nicht kann man den verschieben breiter machen ach der macht er weniger 2,50 ich weiß gar nicht wie viel meiner macht ich meine mal auch ne 2,50 6 Schare wären 3 Meter anders ja das wäre auch ein bisschen zu viel 2,80 so gehen wir mal runter 3,50 jetzt hat er ja auch noch dieses Unkraut da drauf ach die Türen sind sogar ausgeschnitten ok cool die Heckscheibe auch dann machen wir euch siehpunkte noch rein und abfall oder das wäre ja ein Träumchen ja das wäre ein absurdes Träumchen seid ihr jetzt im Multiplayer oder bist du alleine? wir sind im Multiplayer also ich habe hier den Hof gebaut dann habe ich mit Prezi gesprochen und Prezi hatte Bock auch einen Hof in Kindheitsmanier oder aus der Kindheit quasi bauen deshalb ist das jetzt das ganze auf dem Server und der hat hier oben seinen Hof hier unten ich bin gerade in der Kartoffelernte auf der Ostseeküsse Agrarlife groß schaffen gute Ernte hatten die späteren schon aber Serie gab es ab dem 60,30 äh hä äh das wüsste ich nicht Übel pressen ich schaue nach ja Ah, 2,50 besser. Muss irgendeine Mod irgendwie im Konflikt dazu sein bei dir. Merlin, na, Band, seid ihr noch länger am Start? Yes, also ich bin jetzt mal eben Fifi holen und dann... Boah, ich kann das nicht so einschätzen, wie lange das dauert, ne? Mal auf den Schnack nochmal und weiß ich nicht, gute Stunde. Dann wäre ich wieder am Start. Von wem ist der John, der den Prezi fährt? Von wem ist der? Ein bisschen von DINs? Ähm, das weiß ich nicht genau. Das weiß er nicht. Warte, kann ich euch gleich sagen. Ich fahre ja mit 6 kmh, fahre ich ja ein bisschen. Und ich habe ja GPS an. Das liegt aber auch in der DB-Modding. DB-Modding aus dem Motort? Aus dem Motort. Aber der Flug ist mit 120 PS angegeben, dann liegt das doch bestimmt auch an den Reha-Geschichten, oder? Das, ja, auf jeden Fall. Marco Schulze, weg unten habe ich schon mal aus beim Treding. Ne, den musst du rausnehmen, Hessen-Agrar. Ich glaube, den Mod musst du rausnehmen. Hessen-Agrar, den Hof habe ich heute ein bisschen gezeigt und ansonsten aber im YouTube-Video, wo ich den mal vorgestellt habe. Da gerne mal reingucken. So, die für Mais Plus. Weiß es nicht. Aber es scheint nicht zu gehen, wenn der Robox gerecht hat. Achso, den von Prezi habe ich gezeigt. Ja, den findest du im Upload an. Schön wäre, wäre er noch, wenn er die Stufen hier anzeigen würde. Zeigt immer nur an, dass er in Stufe 4 ist. Also in der Gruppe, Gruppe 4. Auf der Ostseeküsse brauchst du nicht wirklich Reha, sagt Jimmy. Wieso nicht? Ja. 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 Weil das irgendwie schon mit eingebaut ist. Reha ist hier eingebaut. Habe ich aber auch noch nicht gehört. Gruppe 4 zeigt mich auch noch nicht so hundertprozentig. Nee. Geht so ein bisschen in der Luft und irgendwie. So, mit diesem Bild werde ich mich jetzt mal eben verabscheuen. Ähm. Mann, die Zeit ging noch irgendwie schneller vor oben rum, als ich gedacht hätte. Wenn du jetzt bloß streamen würdest, weißt du, dann könntest du die gleich mal mitnehmen hier, die Leute. Ja, ja. Ja, ja. Ich kenne das schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich kenne das schon. Ja, komm. Witzig. Sag dem Chat kurz tschüss, ne? Mach das. Ich sag auch schon mal tschüss. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Äh. Wo findet man die? Irgendwo gepostet, oder? Ansonsten auf YouTube, Hessen Agrar, da ist einmal Game Shader Settings und so. Ähm. Spieleinstellung, Grafikeinstellung findest du auf dem Discord. So. Wir machen hier den Raid und schicken euch zu Pfalz Agrar. Ich danke für den kurzen Stream. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mehr Zeit, aber irgendwie ging die Zeit jetzt viel zu schnell und es sind nur zwei Stunden gewesen. Aber na gut. Immerhin ein bisschen geflücht habe ich. Ihr habt schon mal die beiden Höfe gesehen und alles weitere dann irgendwie vielleicht später oder die Tage oder so. Oder irgendwann zwischendrin. Ansonsten geht es in Landersummen natürlich auch bald wieder weiter. Ähm. Wenn der Winter durch ist. In dem Sinne euch einen schönen Abend oder bis später. Macht's gut. Tschüsseling. Und YouTube natürlich auch. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ausgeschaltet. Und. Und. Und.